Magisches Schloss Hallo liebe Follower, ich habe von meiner Freundin zum Geburtstag ein tolles Geschenk bekommen. Ich darf heute auf den Reiterhof, um Reitstunden zu nehmen. Los, kommt mit! Wow, schaut mal, wie schön es hier ist. So ein schönes Landhaus. Auf dem Dach sitzt eine Katze. Oh, das ist ein wunderschönes Pferd. Und hier haben wir zwei kleine Ponys. Oh, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich hatte angerufen. Wegen Reitstunden. Ah ja, stimmt. Haben Sie denn Reitstiefel dabei? Nein, ich habe keine Reitstiefel. Meine Freundin hat gesagt, ich kann mir hier welche leiden. Ich schätze mal, Sie haben Schuhgröße 38. Ja, stimmt. Alles klar, ich hole Ihnen schnell Stiefel. So, bitte, probieren Sie die mal an. Eine Reitermütze müssen Sie natürlich auch aufsetzen. Was denkt ihr, liebe Follower? Gefällt euch dieses Outfit? So, ich habe hier Karotten und Äpfel. Wenn Sie möchten, können Sie das Pferd erst mal füttern. Oh ja, können Sie mich bitte filmen, während ich dem Pferd eine Karotte gebe? Ja, natürlich. Silver, komm hier rüber. So, ich filme Sie jetzt. Silver, das ist ja ein schöner Name. Na, komm. Braves Mädchen. Silver scheint Sie zu mögen. Ich mag Sie ja auch. So, kommen Sie hier rüber und versuchen sich mal auf das Pferd zu setzen. Ja, halten Sie die Zügel gut fest. Silver, los Mädchen. Ich glaube, ich mache das richtig gut. Ich kann reiten. Sehr gut. Ich glaube, das wird ein tolles Video. Silber, nicht so schnell, nicht so schnell, Silber. Nein, langsam. Wir haben es geschafft. Liebe Follower, habt ihr das gesehen? Nein, sie hat es gleich beim ersten Mal geschafft. Wow. Silber hatte Hunger. Fräulein Barbie, Fräulein Barbie, ich habe alles aufgezeichnet. Ich bin mir sicher, dass dieses Video viele Views und Likes bekommt. Dankeschön. Liebe Follower, ich hoffe, für euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das ist eines der tollsten Geschenke, die ich je bekommen habe. Wow. Mein Followern hat dieses Video wirklich gut gefallen. Klasse. es nehme an einleech einen anderen habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020